Was geht ab, meine Freunde? Es geht heute mal nicht um eine Chartanalyse oder sonstiges. Ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt so ein Video mache. Ihr wisst, ich lese teilweise viele Bücher, teilweise bin ich aber auch ein bisschen so in meinem Schwurbler-Kopf drin. Das habt ihr auch jetzt schon öfters in den Livestreams mitbekommen, dass ich da immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Verschwörung in meinem Kopf drinnen habe. Ich glaube zwar jetzt nicht so exponentiell hoch wie manch anderer oder so, trotzdem gibt es momentan so einige Fakten, die mich etwas beunruhigen, die ich vielleicht auch mit euch teilen möchte. Ich hoffe natürlich, es interessiert euch genauso, wenn ihr einfach denkt, nö, lass dein Schwurbler gelaber, dann müsst ihr euch das Video natürlich auch nicht angucken. Aber mir geht es jetzt einfach gerade so darum, vor allem die letzten Tage ist meines Erachtens nach oder auch die letzten Wochen sehr, sehr viel passiert. Wir sehen jetzt, deswegen habe ich auch diese News hier gerade mal vorrangig rein. Nein, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, also die ganzen BRIC-Staaten entwickeln eine neue Währung, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma. Und das ist das, was ich eigentlich schon seit Monaten immer wieder sage. Ich weiß nicht, wer dieses Zukunftsvideo damals von mir angeguckt hat, das habe ich glaube ich letztes Jahr, ich glaube im November oder Dezember mal hochgeladen. Das trifft schon langsam einiges schneller zu, als ich selber damit gerechnet habe. Wir hatten Corona, was meines Erachtens nach auch ein bisschen Ablenkung natürlich auch ist oder war zwischen Handelskrieg, China, Russland. Jetzt kam diese Woche raus, ZZ wird angeklagt wegen Insiderhandel, er hat 300 Konten und er hat Verpflegungen zu China. Und das ist ein bisschen meines Erachtens nach ein wichtigerer Punkt, warum ZZ vielleicht hier auch mit dazu angeklagt wird. Wir reden hier immer noch von Binance-US, also ich will jetzt hier auch kein FUD oder Sonstiges verbreiten, müsst ihr selber wissen, ob ihr da tradet oder Sonstiges macht. Ich habe da nichts mehr drauf, nur mal so zur Info. Aber wenn man einfach mal so ein bisschen zwischen die Zeilen liest. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass für mich persönlich China, Indien, weil Indien auch die geringsten Lohnkosten hat. Und das ist halt natürlich auch so ein Punkt, der natürlich auch, wenn du wirtschaftlich vorankommen willst, brauchst du einerseits billige Arbeitsländer, wo du billig produzieren kannst und es teuer weiterverkaufen kannst. Da kommt Indien ins Spiel. China hingegen ist dann eher für mich eine zukünftige Weltreservewährung. Wir schauen uns das auch gerade mal an. China verändert die Weltordnung, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Ursula von der Leyen, Präsidenten der Europäischen Kommission. Ist natürlich nicht verwunderlich, weil auch hier, wenn es vielleicht manche nicht hören wollen, USA, kann man so sagen, hat genügend Einfluss. Und es ist auch meines Erachtens nach kein Geheimnis, hat genügend Einfluss auch gegen die EU. Und die EU macht das, was die USA sagen. Bestes Beispiel, Gaspipeline ist kaputt. Das ist ein anderes Thema, darauf will ich jetzt nicht rauskommen. Wir kaufen Öl oder Gas aus Katar, welches aber über eine amerikanische Firma läuft, was viel, viel schweineteuer ist. Und kaufen es also in den USA. Das heißt, die USA haben uns richtig am Arsch. Und nicht nur uns in Deutschland. Auch wenn in Deutschland, um sich das mal auch ein bisschen hier, um jetzt mal auf ein anderes Thema zu kommen, neue Regeln wegen Öl- und Gasheizung. Leute, es funktioniert nicht. Man will hier, Deutschland hat einen CO2-Ausstoß von zwei fucking Prozent. Zwei fucking Prozent reden wir hier von der ganzen Welt. Während China und andere Länder einfach Öl und Gas in den, was weiß ich, in die Ozonschichter ballern. Und ihr wisst, was ich meine. Es funktioniert nicht. Wir werden hier von vorne bis hinten verarscht. Und das ist auch so ein bisschen dieser Grund vielleicht jetzt für dieses Video. Ich habe mir schwer getan, einfach so, weil ich jetzt einfach mal so meine Meinung jetzt einfach mal ein bisschen äußere. Kann sein, dass es ein bisschen länger wird. Kann sein, dass es ein bisschen kürzer wird. Aber wir werden hier von vorne bis hinten verarscht. Und die Leute checken es einfach nicht. Oder es ist ihnen egal. Vielleicht sind wir, und ich rede jetzt auch mal von wir, weil viele von uns einfach in dieser Crypto-Bubble mit drinnen sind. Vielleicht sind wir zu anfällig für solche News. Oder wir denken einfach schon mal weiter. Weil ich kenne keinen, und da meine ich wirklich keinen, der sich wirklich, also mein Bekanntenkreis, engerer Freundeskreis, breiterer Freundeskreis, darüber Gedanken macht. Die nehmen das alles so hin. Man lässt sich verarschen. Man lässt sich hier, wenn nötig, und es soll ja verpflichtend werden mit dem ganzen Scheiß hier, was da passieren soll, wahrscheinlich auch auf Hypotheken dann aufs Haus aufschreiben. Also so Zwangseneignung. Es ist noch ein weiter Weg. Ich weiß, es ist wieder hier Schwurblerkopf ein bisschen. Aber das kann auch zur Zwangseneignung führen. Aber um jetzt wieder auf dieses Thema zu bekommen, sie hat recht. Und ich gehe auch ganz, wir hatten in der Geschichte immer wieder Währungswechsel. Nur wir kennen das einfach nicht so. Da spiele ich halt jetzt wieder auf dieses Zukunftsvideo an, was ich letztes Jahr gemacht habe. Wir kennen es nur so, dass der US-Dollar die Weltreserve-Währung ist. Wir hatten keinen Krieg, natürlich jetzt Ukraine, anderes Thema, andere, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir hatten das alles nicht. Früher die Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Klar, der US-Dollar gibt es schon länger und so, aber wir hatten dann auch eine Hyperinflation. Und China steht gut da. Man kauft seit Monaten oder Jahren Goldreserven. Auch hier mal ein Artikel, ich kann euch das gerne mal, die Goldreserven aktuell. Und man sieht hier, seit wann? Seit 2008 nehmen kontinuierlich diese Goldreserven bei allen Ländern zu. Das heißt, es wird immer mehr Gold gekauft. Warum sollte man denn Gold kaufen, wenn die Währung Bombe ist? Und vor allem China und die USA sind da momentan dabei, aggressiv Gold zu akkumulieren. Und auch Russland, egal was man jetzt davon halten will, auch Russland akkumuliert einen Haufen Gold, wenn man akkumulieren sagen kann. Und das schlägt sich natürlich jetzt auch extrem in den letzten Wochen und Monaten im Goldpreis nieder. Aber warum sollte man denn Gold kaufen, wenn doch die Wirtschaft und unser System und auch unsere Währung absolut sinnvoll ist? Macht natürlich keinen Sinn. Aber die Leute checken es einfach noch nicht, weil man sich im Endeffekt immer noch an der Nase rumführen lässt und sich verarschen lässt auf größte Tour. Die CBDCs sind der Anfang. FatNow wird starten. Das ist ganz, das ist safe. Man versucht hier, glaube ich jetzt mit den letzten Bissen, was da überhaupt noch an Kaufkraft ist. Das noch irgendwie zu retten. Jetzt sehen wir, dass die BRICS-Staaten sich, wie jetzt eben in diesem Artikel, sich zusammensetzen. Und Indien und China und Russland werden da meines Erachtens nach eine große Rolle spielen. Man entkoppelt sich hier. Und auch wenn man hier immer sagt, ja das sind ja alles Rechte. Jetzt mal abgesehen von der politischen Meinung, es juckt mich hier ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Da geht es auch jetzt nicht um rechts, links oder sonstige gespaltene Meinungen. Man versucht hier vor allem die Länder, die sich eben gegen den US-Dollar wehren, weil natürlich der US-Dollar immer weiter an Kaufkraft verliert. Natürlich, wenn man 600 Milliarden Dollar abbaut an, sage ich mal, Supply, Money Supply und jetzt 400 Milliarden in zwei Wochen wieder drückt und das ist nicht das Ende. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Das wird nicht das Ende sein. Wo soll das Ganze hinführen mit den Banken? Es gibt in Deutschland eine Einlagensicherung, zwar von 100.000, aber die Banken haben nur ein Prozent von dem Geld. Wenn da Bankruns ausgelöst werden, so wie in den USA. Und in den USA werden jetzt 250.000 Dollar plötzlich versichert. Ja, da muss das Geld auch erst mal gedruckt werden, weil das Geld gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht, diese Kohle. Und ja, diese Staaten versuchen sich halt jetzt im Endeffekt dagegen ein bisschen zu wehren und wahrscheinlich auch ihre eigene Währung zu machen. Die Frage ist, wird es der digitale Wuhan, wird es Vorteile haben, meines Erachtens nach, für Leute, die in dem Land eventuell leben, so wie China. Man hat halt hier auch diese Kontrollfunktionen und CBDCs sind ja auch Kontrolle und so. Weiß ich nicht, ob das so seine Vorteile hat, aber für mich ist China, und da kann ich euch nur das Buch von Ray Dalio zum Beispiel mal empfehlen, lest euch das gerne mal durch, Weltordnung im Wandel. Da wird es auch geschichtlich sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und das hat mir auch noch so einen Denkanstoß gegeben, weil es einfach stimmt. Eine Weltwährung hat immer 200 Jahre, wir hatten Inflation, da hatten wir Hyperinflation und die wird auch noch kommen. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass früher oder später diese Hyperinflation kommen wird, weil sowieso wieder Geld gedruckt werden muss. Es muss Geld gedruckt werden, um das System am Laufen zu halten, nur irgendwann geht es halt einfach nicht mehr, dann wird Geld um was gedruckt und gedruckt und gedruckt und die Hyperinflation sitzt ein. Und dann haben wir normalerweise immer diesen Währungswechsel. Und diese Staaten, meines Erachtens nach, werden sich momentan darauf vorbereiten. Deswegen steigt Gold, deswegen möglicherweise auch Bitcoin. Wir sehen, Hongkong zum Beispiel wird für mich auch persönlich irgendwann das neue Finanzmarktzentrum, aber das ist dann wieder eine andere Sache. Und ja, deswegen steigt auch Gold zu irgendwas. Und ich glaube auch nicht, dass das schon das Ende war. Ich glaube, da wird weiterhin akkumuliert, weil ich glaube auch, wenn USA momentan noch die größten Goldreserven hat, das können wir, glaube ich, hier unten mal angucken, USA hat natürlich die größten, dann sogar Deutschland, hat mich auch gewundert, dass Deutschland auch so viel hat, Russland, Frankreich, China sogar noch gar nicht so viel, aber es wird hier immer weiter akkumuliert. China hat noch nicht so lange akkumuliert wie andere Länder und geht jetzt langsam Richtung Frankreich, sich zu holen, und Italien, und Italien wissen wir auch, ist auch Pleite. Ganz EU ist im Endeffekt Pleite. Und auch solche News wie, Alibabas Gründer Jack Ma wurde von der Regierung aufgefordert, nach Hause zurückzukehren, zur Wirtschaft des Landes beizutragen. Ja, auch vor allem, ich finde den asiatischen Sektor, auch um jetzt auf das Thema Aktien mal so zu kommen, investiere ich jetzt schon seit Längerem auch in World ETFs von China. Die laufen besser als die in den USA, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Weil ich einfach denke, natürlich ist es nicht geil, was da drüben abgeht, aber jetzt mal einfach, man muss das auch mal ein bisschen anders sehen, bin ich der Meinung. Natürlich wird da drüben mit den Uli Geichen und was weiß ich da alles. Es ist nicht alles gut, muss man fairerweise so sagen, und das akzeptiere ich auch nicht, beziehungsweise finde ich auch nicht geil. Aber in anderen Ländern läuft es teilweise einfach nicht anders. Und wir können es sowieso nicht ändern, nur wir müssen uns auch nicht verarschen lassen, beziehungsweise können versuchen, vorzeitig zumindest für unseren persönlichen Wohlstand dafür zu sorgen, dass wir eben nicht in die Situation kommen und uns abhängig von irgendwie sowas machen müssen. So wie dass wir uns jetzt eine Gasheizung austauschen und so einen ganzen Scheiß, was wir sowieso nicht finanzieren können. Das sind alles so Punkte, die momentan so ein bisschen in meinem Kopf durchgehen, was auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen überhand nimmt, wie ihr vielleicht gerade ein bisschen seht, weil ich da doch ein bisschen viel in meiner Bubble einfach drin sind. Aber diese News überschlagen sich einfach die letzten paar Wochen meiner Meinung nach extrem. Corona ist rum, man hört nichts mehr von Handelskriegen, plötzlich wird der Handelskrieg, wenn man das jetzt mal auch mal so sagen darf, auf Krypto ausgeweitet. Man sieht es ja, China, USA, Hongkong legalisiert alles, Ding versucht, also USA versuchen hier Krypto ein bisschen einzugrenzen, was aber nicht funktionieren wird. Genauso wie dieses unsinnige Gesetz, dass man Hardware-Wallets bis 1000 Euro nur noch auszahlen darf oder Überweisungen tätigen darf in der EU. Was für eine absolute Bullshit-Scheiße. Wie soll das funktionieren? Die haben überhaupt keinen Stuss, was sie da labern. Wie soll das funktionieren? Wenn ich dir jetzt da draußen, 1100 Euro schicke, woher sollen die wissen, wer ihr überhaupt das Geld geschickt habt, wenn da nichts audiovisiert ist? Da hole ich mir jetzt 10 Ledger und fertig. Also da muss man sich mal überlegen, wie blöd teilweise oder für wie blöd wir gehalten werden, obwohl wir vielleicht den Leuten teilweise meinen weit voraus sind. Wir können es in der Telegram-Gruppe, habe ich ja auch immer mal so immer mal wieder so Phasen, wo wir uns darüber auch unterhalten, wo ich dann immer mal so ein paar Sachen poste, das lädt jetzt vielleicht gerade nicht, hätte ich vielleicht ein bisschen vorher machen sollen, aber da gibt es genug Sachen momentan, wo viel im Hintergrund meines Erachtens nachläuft oder so ein bisschen halt gezeigt wird, so ein bisschen im Hintergrund. Aber für mich, China, ganz ehrlich, könnte das neue Weltreserve-Währung werden mit dem Wuhan. Es verneigen sich, kann man nicht sagen, aber es werden hier viele Partnerschaften geschlossen und wie gesagt, auch Indien würde ich nicht unterschätzen. Indien ist nicht sogar das bevölkerungsreichste Land der Welt mit den niedrigsten Lohnkosten. Man switcht ja auch immer. Früher war Deutschland billiges Produzierland, deswegen auch der Wiederaufstieg. So, dann ruhen wir uns, um jetzt mal so ein bisschen das Ray Dalio-Buch auch so ein bisschen mal euch ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Du hast immer verschiedene Phasen. Es gibt ja auch diesen Spruch von, ich glaube, vom Scheich von Dubai war es, ich bin auf einem Kamel geritten, oder er selber ist auf einem Kamel geritten, sein Sohn wird noch in einem Ferrari sitzen, so wie er jetzt auch, und dann vielleicht sein Urenkel, je nachdem, wird dann wieder auf einem Pferd oder Kamel, was weiß ich was, reiten. Weil wir immer diese Aufschwungphasen haben, die gab es im geschichtlichen Sinne immer wieder, dass wir geschichtliche Aufschwungphasen haben. Es gab Krieg, den wir jetzt haben, je nachdem, was das für ein Krieg ist. Ich glaube nicht, dass dieser Ukraine-Krieg jetzt, diese Weltreserve-Währung, da geht es um andere Sachen. Der Krieg wird dann halt auf Krypto-Handelskrieg und sowas ausgeführt, was auch natürlich eigentlich besser ist, weil so keine Menschen ums Leben kommen, nur mal so am Rande. Dann kommt eine neue Aufschwungphase und die haben wir in China seit Jahren. Und man muss sich mal vorstellen, wie dumm wir noch in der EU sind oder auch in Deutschland, wie wir finanzieren China als Entwicklungsland. Die sind uns meilenweit, wenn nicht tausende Lichtjahre weit entfernt, voraus. Wir diskutieren über eine Scheiße hier in diesem Land, wenn wir das mal so sagen dürfen. Und die machen einfach und kriegen noch Finanzierung von uns. Da fließen die Steuergelder einfach puff weg für so einen Schwachsinn. Also bei uns zumindest. Bei uns geht nichts voran. Und in solchen Ländern geht es voran. Die haben ihren Aufschwung. Die sind jetzt, ich sage jetzt mal so ziemlich an, langsam kommen sie an ihren Höhepunkt. Während die USA, irgendwann hast du solche hohen Lohnkosten etc. dass sich das Land nicht weiter, sage ich mal, Aufschwung erarbeiten kann. Dann kommen wir wieder in so eine Downshift-Phase, die wir jetzt auch in Deutschland seit Jahren einfach haben. Es geht nichts voran. Zu viel Bürokratie, keine Rentenansprüche. Ganz ehrlich, ich bin geschockt gewesen, wo ich meinen Rentenbescheid gesehen habe. Davon kannst du nicht leben, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Und das muss auch jedem bewusst sein. Aber es interessiert keinen. Geh doch mal. Ich habe echt schon überlegt, mach doch einfach. Ich bin die letzten Wochen immer mal überlegen, gehe ich einfach mal bei mir hier durch die Stadt, und mache einfach mal eine Sprachenumfrage. Habt ihr Angst vor der Zukunft? Oder irgendwelche Fragen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich hätte echt Bock drauf, einfach mal durch die Stadt zu laufen und zu fragen, hey Leute, habt ihr eigentlich Angst davor? Seid ihr sicher oder so? Seid ihr gut aufgestellt? Irgendwie solche Sachen überlege ich momentan einfach mal. Um auch mal so dieses gesellschaftliche Bild auch mal ein bisschen näher darzustellen. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass sich die Leute verarschen lassen oder schon ein bisschen mehr checken. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das nur so dazu. Auf jeden Fall gibt es wie immer Aufschwungphasen, Abschwungphasen und eben diese Peakphasen. Die Peakphase war meines Erachtens nach in Deutschland während der Wende oder so, wo alles nochmal, es wurde alles aufgebaut etc. Und seitdem ruhen wir uns auf unserem Wohlstand aus. Guckt doch mal die Leute an. Keiner will mehr im Endeffekt arbeiten, weil sich teilweise Arbeit nicht lohnt. Du hast Bürgergeld, du hast bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man das so sagt. Es gehen Leute für 12,50 Euro arbeiten, wenn sie genauso Bürgergeld kriegen können. Das meine ich halt mit diesen Auf- und Abschwungphasen. Genauso in den USA. Sieht nicht anders aus. Die Leute leben auf Pumpen ihre Kreditkarten voll, um eine andere Kreditkarte zu finanzieren. Und das weiß ich aus sicheren Quellen. Also da erzähle ich euch keinen Stuss. Und das ist ja auch, sag ich mal, bewiesen. Und die zahlen da 20% Zinsen und so. Ist das gesund für ein Land? Man lebt von Schulden. Man lebt hier, und China hat einen guten wirtschaftlichen Ding. Die leben nicht so stark von Schulden. Also das muss man auch mal dazu sagen. Und wir pumpen Schulden in den Markt und keiner weiß noch, wie man die finanzieren soll. Das System ist zum Scheitern verurteilt. Das ist eigentlich so der Hauptaugenmerk oder diese Hauptaussage, die ich jetzt damit treffen wollte. Es ist einfach zum Scheitern verurteilt. Es kann nicht funktionieren, dass du jahrelang auf Pump lebst. Und das machen auch viele. Viele auch diese Klaner-Scheiße und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Aber man muss halt den Leuten auch irgendwie mal ein bisschen die Augen öffnen, bin ich der Meinung. Und solche Bilder sind dann für mich Denkanstoße in meinem Schurblerkopf genug, dass sich die nächsten Jahre deutlich, deutlich mehr ändern wird und dass die USA versuchen, irgendwie an der Macht zu bleiben, ob Handelskriege oder sonstigen. Aber auch das wird uns treffen, bin ich der Meinung. Dann wird mehr Geld gedruckt. Man versucht irgendwie den Wohlstand am Laufen zu halten. Damit schadet man der ganzen Ding einfach nur noch mehr. Banken werden crashen. Banken sind nicht safe. Das Einzige, was meines Erachtens nach momentan einigermaßen sicher ist. Vielleicht China-Aktien. Keine Ahnung. Aber das nur zum geringen Teil. Aber auf jeden Fall Gold und Bitcoin. Das sind momentan die Dinge, die ich mir einerseits als Profiteure vorstellen kann, weshalb ich mich auch dazu entschieden habe. Ich habe es schon in den letzten Videos immer mal wieder dazu gesagt. Wenn ich Bitcoin kaufe, werde ich Gold dazu kaufen. Einfach, natürlich erwarte ich mir von Gold kein 10x, aber Gold, auch wenn immer wieder mal, Reserven gefunden werden. Natürlich kann es sein, dass ein Komet einschlägt und da sind Milliarden Tonnen Gold drauf. Dann ist Gold auch wahrscheinlich nichts mehr wert. Aber was Gold die letzten Jahrtausende immer wieder überwirkt hat, dass es immer wieder gezeigt hat, dass es dann doch wieder zu einer goldgedeckten Währung kam. Und das glaube ich eben hier auch. Deswegen, ja, ist vielleicht doch ein bisschen länger gewesen, aber momentan sind da so einige Dinge in meinem Kopf einfach, die ich nicht mehr richtig in meinen Kopf reinkriege, weil ich mir einfach denke, es kann doch nicht sein, dass die Gesellschaft so verblödet ist, wobei es mich nicht wundern würde. Guck doch einfach mal in den Fernsehen rein, was da für Scheiße läuft. Da wirst du nur noch verblödet. Das ist der Grund, warum ich kaum noch Fernsehe glotze. Du wirst nur noch für blöd dargestellt und die scheiß News, die sowieso dann im Endeffekt wieder nicht stimmen. Ah, ich weiß nicht, Leute. Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt habe, möglicherweise. Aber mir war das jetzt irgendwie mal wichtig. Gerne mal dazuschreiben, was ihr so von der ganzen Sache haltet. Aber für mich, wie gesagt, ich kann euch das Buch von Ray Dalio empfehlen, Weltordnung im Wandel. Lest euch das gerne durch. Gibt es auf Amazon. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Gut investiertes Geld. Kriegt ihr vielleicht nochmal ein bisschen andere Sicht drauf. Aber momentan weiß ich auch nicht, wie man sich dagegen noch, ja, wie man da noch einen Kopf freikriegen soll. Natürlich darf man sich auch nicht zu sehr, vielleicht bin ich da auch echt zu viel drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, man darf sich nicht zu sehr mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, weil man soll ja immer noch ein schönes Leben haben. Darum geht es auch nicht. Aber man sollte sich vielleicht auf eine Zeit nach dem US-Dollar einstellen. Und ich glaube, ich habe echt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber anscheinend, so wie es jetzt momentan den Eindruck macht, wird es von Woche zu Woche mehr. Dass sich hier auch immer mehr starten. Vielleicht wird ja auch Bitcoin das neue Gold. Also vielleicht wird ja auch Bitcoin mit Transaktionen und so. Ich meine, Indien hat Bitcoin und Krypto reguliert, Brasilien hat Bitcoin und Krypto reguliert. Ich glaube, Russland mittlerweile auch. China weiß man nicht, ist aber immer noch einer der größten Miner. Das ist auch sehr, sehr interessant. China hat immer noch, ich glaube, 20 oder 25 Prozent Anteil am Mining-Geschäft des Bitcoins. Mal drüber nachdenken. Südafrika jetzt auch. Also es ist wirklich krass, was momentan da abgeht. Aber wie gesagt, haltet euch nicht zu viel damit auf. Das war jetzt so ein bisschen meine Spurblattding. Ähm, ja, trotzdem, einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht mache ich wirklich mal dieses Straßeninterview. Ich glaube, das würde vielleicht doch viele interessieren und mich persönlich auch, wie so die ganze Stimmung ist. Aber gut, wir können es nicht ändern. Ich und du können es wahrscheinlich nicht ändern, aber man kann sich dagegen vorbereiten. Und ich glaube, das machen alle, die mittlerweile in Krypto drin sind, die in Gold drin sind und sich mit der ganzen Thematik ein bisschen mehr auseinandersetzen. Auf jeden Fall, vorsichtig sein. Nicht, äh, ja, ihr solltet sich eure Jobs kündigen oder sowas, nettes jetzt nicht, aber einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Weniger Fernsehen glotzen vielleicht. Da läuft zu viel Scheiße meines Erachtens nach. Aber gut, das war es von mir. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick in meinen Kopf geben, zumindest einen kleinen Teil, was momentan in meinem Kopf abgeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Das war es von mir. Bis zum nächsten normalen Video dann wieder. Verspreche ich euch, es gibt ein normales Video dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.